Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei Far Cry Nummer 6. Ja, ähm, ich hab das Ganze hier schon mal aufgenommen und mein Spiel ist gecrasht. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, denn ich weiß nicht, was, äh, wo der letzte Speicherpunkt war. Ähm, ja, es ist schwierig. Es ist alles gecrasht, die Aufnahme war im Arsch, so, mhm. Ja, ich werd jetzt einfach das Ganze so machen, ich werd jetzt da hingehen und mir das Ganze angucken. Okay, und je nachdem, wo wir nochmal neu starten müssen, würde ich dann, ähm, lol, würde ich dann erklären, was ich noch nicht gemacht hab, würde ich sagen. Aber, es sieht so aus, als wäre nichts Wichtiges verloren gegangen, sondern nur ein kurzes Gespräch. Das ist nicht schlimm. Ähm, und dieses Mal kann ich auch den anderen Weg nehmen, also ich probier ihn zumindest aus. Ähm, mal schauen, ob ich so auch reinkomme. Sieht aus, als hätten sie die Umgebung gesichert. Denk dran, du musst mir sagen, was du da drin siehst. Wenn ich richtig lege, ist diese Anlage sehr wichtig für die Giftproduktion. Okay, ähm, dann weiß ich Bescheid. Ich schau einmal kurz, kann ich mich hier rein, kann ich mich hier reinschleichen? Ja, das kann ich. Hm. Oh, oh. Danke, dass ihr mir das jetzt auch nochmal sagt. Das wird uns allen auf jeden Fall weiterhelfen. Echte Knete? Gibt's auch falsche? Das wusste ich noch nicht. War gut zu wissen. Ja, wo bin ich denn? Ach, der chillt auf der Treppe, okay. Ja, jetzt chillt da halt keiner mehr, actually. Gut, wir haben jetzt schon alle ausgeschaltet, was ganz lustig ist. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Spiel damit gerechnet hat. Ähm, und jetzt können wir hier trotzdem noch sprengen, I guess. Also, es sieht zumindest so aus. Boom. Hier komme ich, glaube ich, nicht runter. Das sieht schlecht aus. Ich hoffe, das Spiel crasht nicht wieder. Das wäre ziemlich ungünstig. Ja, danke. Wunderbar. Okay, ja, beim letzten Mal bin ich tatsächlich mit der Sprengung mit rein. Und, ähm, ja, etwa schwierig sagen, was wie es ist. Tschüssi. Okay, ich habe jetzt mal kurz nicht auf laut gestellt, weil ich hier dabei war, alle zu killen. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man noch gleichzeitig zugelabert wird. Jetzt drücke ich auf laut und jetzt verbinde ich. Und ich hoffe, es hängt sich nicht gleich wieder auf. Verschwindet! Er ist angeflossen. Eine Minute. Ich scanne nach Exploits. Pinga, das Ding wurde vor einer Ewigkeit gepatcht. Die hätten nur ein Windows-Update machen müssen. Ich dachte schon, ich brauche ein Zero-Day. Äh, kann ich los? Nein, Donnie. Da kommen Soldados auf dich zu. Die dürfen meine Verbindung nicht trennen. Ach, du Rechsecker. Unterlassen Sie dies. Dann darf ich raus? Ja! Ähm... Das sind sogar welche von denen. Ja, ähm... Leichter gesagt als getan. Ich stelle schon mal auf leise, dann hört ihr mich wieder besser. Ich bin hier! Zurücktreten! Ich spreche jetzt die Wand! Sie ist halt wirklich so eine richtige Eskalations-Oma. Ich lieb's. Sie ist halt auch so... Also sie ist halt eine richtig krasse Legende. Da kann man halt sagen, was man will. Ich glaube, wir sollten uns auf den Weg hier raus machen. Hallo! Ja, äh... Ihm pissen meine Guerilla ans Bein. Ähm... Ich sage dasselbe wie auch beim letzten Mal. Cry me a river. Und hoffentlich stürzt das Spiel jetzt nicht ab. Es war genau da vorne, wo es beim letzten Mal abgestürzt ist. Vielleicht sollte ich da dementsprechend nicht hingehen. Oh! Ich glaube, ich habe gesehen, woran es abgestürzt ist. Einen Moment! Ich habe es sogar noch ausgewählt. Wahrscheinlich genau in dem Moment, als das hier passiert ist. Das wird Sinn machen, actually. So. Okay, ich sollte mal nachladen. Oh, shit. Das heißt, einen kriegen wir down. Fuck. Kriegen wir doch nicht. Ach, fuck it. Dann halt so. Ähm... Ja. Aber jetzt wissen wir immerhin schon mal, woran das letzte Mal der PC abgestürzt ist. Nämlich als dieses eine Ding explodiert ist. Mann, Glück gehabt. Arsch. So. Uff. Tschüssi. Wie könnte er bitte... Ach so, es ist im Wasser gelandet. Okay. Es. Super. Ähm, Entschuldigung. Auch immer du bist, ich hoffe, du stirbst. Danke. So, ich habe nicht mehr viel Munition. Das ist ungünstig. Aber ich sollte mal einfach zusehen, dass ich hier gerade mal wegkomme. Wir kriegen bestimmt einen Anruf. Ich stelle schon mal auf laut. Kein Anruf. Doch. Wir draußen. Dami, du musst wissen, ich hatte keine Ahnung, dass die Fabrik explodiert. Und ich konnte nicht so viele von meinen Leuten riskieren. Du hast getan, was du tun musstest. Wenn es darum geht, ein Leben für das Leben vieler zu opfern. Wenn es dich beruhigt, Clara hätte dasselbe getan. Ihr seid euch ähnlich, als du denkst. Na ja, weiter im Text. Wie geil ist es eigentlich, dass wir gerade Castillo die Möglichkeit genommen haben, chemische Waffen zu bauen. Das ist ein heftiger Schlag für das Regime. Also können Sie keine der Bomben mehr bauen, die Sie bei den Terren auf uns geworfen haben. Sie haben nur noch, was schon produziert war. Es gibt immer neue Erziele. Wenn es dir nichts ausmacht, genieße ich für den Moment mein Leben. Danni, du wirst es nicht glauben, aber bevor wir McKay am Hafen angegriffen haben, hat sich Clara was von mir gewünscht. Und sie hat irgendwie recht. Das hab ich nicht kommen sehen. Wir haben die Chance, was noch Größeres zu machen. Wenn dir Castillos Öreserven in der Leiste zerstören, wird seine Armee auf der ganzen Insel Schwierigkeiten bekommen. Klingt gar nicht so schlecht. Nimm dir die roten Tanks in La Jolla vor. Ein paar Guerrieros werden dir helfen. Ich schicke Ihnen Fotos, damit Sie wissen, was Sie angreifen sollen. Vielen Dank. Alles klar. Ja, das war actually wieder nicht so schlau. Wir greifen die Silos beim Tanklager an. Boom. Okay, ich bin da schon mal relativ, äh, relativ, oh. Ich bin quasi da. Ähm, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Oh, oh. Oh, das war einer von uns. Wunderbar. Ich glaube, das war's schon, oder? Das Leben in diesem Land ist schwer. Es ist ein wütendes Land. Überall Elend, Menschen, Leiden, alles sind richtig arm. Jeder steht vor harten Entscheidungen über Leben und Tod. Was, wenn ich dir sage, dass die Insel besser sein könnte? Liest du mir gerade eine von Castillos Reden vor? Nein, herzhaft, meine Urgroßeltern hatten ein brutales Leben. Sie flohen von einem Land in ein anderes und dort haben sie etwas aus sich gemacht. Ihren Reichtum vererbten sie der nächsten Generation, meinen Eltern. Die bauten darauf auf und vererbten mir alles. Okay, ich soll also in ein anderes Land ziehen. Das würde ein paar dringende Probleme lösen, aber nein, nein. Du kannst in Yara bleiben, aber Castillo will hier etwas verändern, wirklich. Ich rede täglich mit ihm. Wir sind in Wandel so schnell wie du. Manchmal ist es besser, mit der Strömung zu schwimmen. Ich soll die Verhaftung einfach akzeptieren? Das Paria-System, die Hinrichtungen? Jedes moderne Land in der Weltgeschichte hatte auch dunkle Stunden. Heutzutage ist der Unterschied nur, dass jeder es filmen und streamen kann, damit sich die ganze Welt darüber aufregt. Sogar meine Heimat, Kanada. Recherchiere mal, was die mit der indigenen Bevölkerung gemacht hat. Ja, das werde ich gleich tun. Erstmal muss ich kurz woanders hinfahren. Und das Fracking erst. Aber hey, niemand ist perfekt. Weder so viel du willst. Aber du bist nichts als ein verdammter Eindringling. Versuch nur weiter die harte Tour. Sehe, wohin dich das in ein paar Generationen bringt. Denk darüber nach, was ich dir gesagt habe. Uff, so ein Schwätzer. Moment, ich muss einmal kurz auf leise drücken. Und jetzt muss ich wieder den Sitz tauschen. Es ist so kompliziert. Dass genau das der Shortcut ist. Ohne Witz, ich verstehe nicht, wie das überhaupt ein Shortcut sein kann. Ich bin verwirrt. Gut. Hier geht gerade auch die Party. Ich überfahre die einfach. Habe ich gerade so beschlossen. Oh, das sind welche von uns. Ähm, eventuell sollte ich rechtzeitig von hier verschwinden. Oh, ich habe jemanden von uns getroffen. Okay, es wird mal wieder Zeit hierfür. Oh, ich werde mich gemessen. Oh, ich werde da. Okay. Was ist das? Was ist das, was er uns angetan hat? Oh, oh. Ähm, ich war gerade etwas am Tun, actually, und, ähm... Uff, hier ist ja gerade komplette Eskalation. Mist, eine meiner Raketen war umsonst. Ist das dein Ernst? Ich war schneller. Danke, Guapo. Oh. War gerade ein Telefonsignal? Bin mir nicht sicher. Ja. Dieses Mal hätte ich auf laut gestellt. Oh, es haben tatsächlich welche überlebt. Ich bin schockiert. Ähm. Hier ist noch jemand irgendwo. Ähm. Unterlassen sie dies. Okay, ähm, ich würde noch einmal kurz nach Munition schauen und dann machen wir den Angriff auf den Hafen. Ich muss aber so ein bisschen auf die Zeit gucken. Normalerweise mache ich das ja nie so krass, aber ich glaube, dieses Mal ist es wirklich wichtig. Denn ich habe halt, wie gesagt, schon eine Folge einfach so verloren. Ähm. Allerdings habt ihr, dadurch, dass sich die Folge resettet hat, also der Fortschritt der Folge, habt ihr nicht wirklich was verpasst, was eigentlich ganz gut ist. So. So. Okay. Ähm. Wohin geht es jetzt? Hierher. Das ist auf dem Weg. Hier ist gerade wirklich einfach komplette Eskalation auf der Insel. Kann man nicht anders sagen. Och. Wie anstrengend. Kann ich hier einfach außen rum fahren? Ich glaube schon, oder? Was für ein geiler Umweg. Oh. Das sieht ja super aus. Würde ich sagen. Ähm. Oh. Ich bin falsch gefahren. Upsi. Ich habe mich ein bisschen zu sehr blenden lassen von der Schönheit von dem Ganzen hier. Wir fallen mal so ein bisschen von hinten ein. Cola. Was geht? Hallo. Hallo. Ja. Jawohl. Ein Glück steht mein Auto direkt hier. Oh oh. Oh. Ich sollte mich dem Angriff auf den Hafen anschließen. Okay. Äh. Ups. Da habe ich gerade mal eine Sekunde nicht auf die Straße geguckt und schon passiert sowas. Na super. Ähm. Ja. Da ist gerade die komplette Eskalation am Start. Das haben wir ja schon gesehen. Allerdings denke ich mal, ich beende jetzt die Folge oder so. Das wäre halt schon sinnvoll, ne? Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge an, was uns am Hafen erwartet. Ich denke, das wird auch nochmal die komplette Eskalation. Über eine Bewertung im Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Und bis zur nächsten Folge.